Hä? Ich weiß es nicht. Mir ist gerade auch egal. Sagen wir es mal so, wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann glaube ich, höre ich für heute das mal auf. Ich weiß es nicht. Ey. Ich spiele gar nicht so scheiße. Also, möchte ich meinen. Aber, wie gesagt, das Spiel ärgert mich halt heute. Oh, mas. Mann, ey. Der ist nicht da. Da ist auch noch keiner. Oder kommt, glaube ich, auch gar keiner. Ah! Lass das doch! Bisschen du auf einmal. Ah. Ja, wie gesagt, das ist mein Problem, dass ich mir so Sachen nicht merken kann. Ich kann mir einfach immer nicht merken, wo Gegner herkommen oder wo sie stehen oder was auch immer. Und dann habe ich immer das Problem, dass ich auf den Pelz kriege. Massiv auf den Pelz kriege. Ah. Na gut. Aber wie gesagt, so scheiße spiele ich eigentlich gar nicht. Möchte ich meinen. Kann jeder sehen, wie er will. Ich sehe das so. Na, gehst du auf. So. Weil ich weiß ja mittlerweile, wo Gegner kommen. Beziehungsweise ich weiß es zum Großteil. Manchmal weiß ich es auch nicht. Weil ich wieder vergessen habe. Wie gesagt, das geht ja eigentlich relativ gut. Aber nicht immer. Huch. So, okay. Die beiden haben wir. Rüstung bleibt ja eh liegen. Für den Fall, dass wir sie brauchen und wir werden sie wieder brauchen. Ich kenne mich. Ich kenne mich einfach. Ich wieder irgendwo Glück habe. Glück in Anführungsstrichen. Zum Beispiel hier in der Ecke. Na, ging. Gut, den habe ich auch gleich mitgegeben. Dem auch. Kommst du bitte wieder zurück? Oh, nicht so schnell zurückkommen. Mann. Wieder habe ich nicht gerechnet. Was es wirklich macht. So, okay. Aber gut. Ich habe ja, wie gesagt, noch ein bisschen Panzerung. Theoretisch habe ich noch ein bisschen Panzerung. Das mache ich doch gar nicht. Ich schieße nicht auf Raketen. Ich schieße auf Gegner. Ich finde es halt so blöd, dass es hier keinen Checkpoint an der Stelle gibt. Das ist wirklich echt mies. Man hätte hier wenigstens einen machen können. Das wäre nicht zu viel verlangt gewesen. So gar nicht. Oh Mann, ey. So, ähm. Welche Richtung muss ich denn jetzt? Ich habe mich gerade ein wenig verfranst. Ich glaube, hier muss ich lang, ne? So, ja. Das sieht gut aus. Das sieht alles so gleich hier aus. Deswegen kann man sich schnell mal verlaufen. Also, merke. Keine Gasgranate werfen. Am besten gar nichts machen. Am besten einfach nur Gegner umrotzen. In irgendeiner Art und Weise. Hallo? Nicht getriggert? Hä? Och, ey. Na? Das kann doch nicht wahr sein. Warum schmeißt denn der diese verfickte Granate jetzt mal nach oben? Och, ey. Das ist doch zum Kotzen. Da kann ich ja nicht mal was für. Was ist das für ein Dreck? Och, das macht mich wahnsinnig. Wenn ich wenigstens was dafür könnte. Wenn ich wenigstens die Granate durch ein Fenster versuche zu schmeißen. Was nicht klappt. Aber nein. Ich versuche ja eine Granate durch eine Tür zu werfen. Das geht nicht. Da wirft sie nach oben. Och, ey. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Ey. Ich schmeiß keine Granate mehr. Ich mach gar nichts mehr in der Richtung. Wird eh nur scheiße. Eih. Mann. Das kann nicht wahr sein. Und nochmal diesen Kack-Level von vorne. Boah, ich hab so keine Lust mehr. Das kann nicht wahr sein. Scheiße. Oh, Mann. Hallo. Oh, ey. Ich hab grad richtig Frust, ne? Ich hab grad echt richtig Frust. Könnte ich gar nicht vorstellen. So, ey. Das ist ja. Treff ich auch wieder nicht. Mach jetzt auch noch einer. Hallo. Immer Förmchen schießen. Einmal links, einmal rechts vorbei. So. Mann, ey. So, jetzt hab ich die zumindest schon mal weg. Wenigstens etwas, ja? Wenigstens etwas. So. Schnapp ich mir die Shotgun-Typen. Aber bei meinem Glück rotzen die mich ja wieder um. Ah. Pfff. Hey. Ich hab aber auch ein Pech heute. Huch. Das ist ein Terminal. Sobald ich den Rest hab, geh ich zum Radar-Turm aufs Dach. Halt dich bereit. Ich fang ihre Funksprüche ab. Sie patrouillieren jetzt auf das Gelände. Wenn sie mich sehen, muss ich abhauen. Roger. War jetzt hier grad ein Checkpoint? Ernsthaft? Hier war grad ein Checkpoint, wenn ich's richtig gesehen hab. Und ich spiele das die ganze Zeit ohne Checkpoints, ohne an diese Kack-Terminals zu gehen? Really? Ja, okay. Gut. Ich hab den Hardcore-Modus offensichtlich gespielt grade. Ha, ha, ha. Geil. Oh, nein. Das darf doch nicht wahr sein. Ich weiß, wo ja noch zwei von diesen Dern sind. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Ich hoffe mal, dass das ein Checkpoint war. Ey, ich hoffe es so unfassbar, dass das ein Checkpoint ist. Oh, ey. Kann nicht wahr sein. Oh, Double Kill. Nice. Das hat sich gelohnt. Beide direkt ins Gesicht nachgeschossen. Wie man so schön sagt in Bayern, ne? Ins Gesicht nach. Ich hab Blutgeschnecht. In Tenshu, das kann sein. Ja, ja. Irgendwie schon. So. Ein bisschen. So. So. Gefühl zumindest. Dann geh ich nochmal hier rein. Ich glaub, dann müsste hier auch noch so ein Terminal sein, ne? Hallo? Oh mein, ist ein Ding da vorbei? Ist hier auch so ein Kack-Terminal? Ja, hier ist auch ein Terminal. Guck mal. Rakete registriert. Acht übrig. Ach so, ich muss die alle registrieren. Ah ja. Okay. Gut zu wissen. Wahrscheinlich ist der Level gar nicht so schwer. Ich hab mich nur einfach Kacke angestellt. Ah, Mann, oh. So, hier stehen nochmal zwei von den Dingern. Sechs Stück übrig. Ich muss die alle registrieren. Boah. Hallo? Ach, den hab ich ja schon, ne? Den hab ich schon. So, hier sind jetzt noch zwei. Und dann jetzt eigentlich nur noch die restlichen zwei. So, und da geh ich ja jetzt gerade hin. Da geh ich jetzt hin und die hol ich mir jetzt. So, die Typen hab ich ja schon geplättet hier. Jetzt muss ich mal gucken, ob hier noch einer ist. Aha. Nein, 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 nein. So. Einmal umgemäht. Getroffen? Nee, ich glaub nicht. Kommt er wieder? Kommst du wieder? Kommt nicht wieder. Rechte den Knopf? Ja. So. Okay. Dann, äh, auf zu den letzten vier Raketen. Mach ich doch gar nicht. So, okay. Da sind die letzten vier Raketen. Und jetzt müsste es theoretisch ein Checkpoint geben, oder? Raketenzugriff initiiert. Hallo? Oder muss ich jetzt... Achso, ich musste jetzt nochmal... Alles klar. Rakete registriert. Ja, okay, gut. Dann, ähm, hab ich die ganze Zeit diesen Level so gespielt. Ähm, also falsch. Ich hab nicht auf die Ziele geguckt, um ehrlich zu sein. Und ich hab's auch schon wieder vergessen, was ich am Anfang mal vorgelesen hab. Und ich hab den letzten Code. Ich werde versuchen, einen Weg zum Radarturm aufs Dach zu finden. Oh. Halt dich zum Abflug bereit. Bereit. Einsatzziel erreicht. Ich glaube, das war jetzt unser Checkpoint. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe es so sehr, dass das ein Checkpoint war. Oh, nee, ey. Kam hier nicht einer noch um die Ecke? Nein? Achso, weil ich den Schalter wahrscheinlich nicht umgelegt habe. Kommt jetzt hier keiner? Oh, geil. Okay. Seltsam, aber gut. Von mir aus. Hallo? Jetzt häng ich wieder an dem Schalter. Boah. So, das Ding muss ich auf jeden Fall noch machen. Diesen Raum hier. Und bitte, ey. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt failen sollte. Bitte, bitte hab nen Checkpoint, ey. Wäre dann sonst ein Wahnsinnig. So. Granate geworfen. Nein? Hä? Das ist nicht nett. Das ist absolut nicht nett. Aber, was weiß ich schon. Jetzt haben wir noch eine kugelsichere Weste. Klar. Huh. Kann ich nicht dran vorbei, Luschan? Hä? Bist du denn? Wo bist du denn? Na, guck mal hier. Ach, das ist gar keine Mütze. Ich dachte, das wäre eine Mütze. Das ist nur irgendein Aufkleber oder sowas in der Wand. Nein, es war doch, es war wirklich der Typ. Ich hab ihn nur nicht getroffen. Oh. Scheiße. So, auf die Distanz mit der Shotgun. Das muss mir erst mal jemand nachmachen. Scheiße, ey. Oh, das kann nicht wahr sein. Ah. Früher oder später schafft man so eine Scheiße. Ja, Mann, ne? Irgendwann. Irgendwann gibt's ja diesen Punkt. Und man schafft es. Nachtsichtgewehr. Oh, oh. Schön. Ist das hier ein Kampfgewehr? Oh, oh. Schön. Was gibt's hier noch Schönes? Äh. Nicht da. 9 Millimeter. Schön, schön, schön. Eine Gasgranate. Ich darf mich hier erst mal wieder voll machen. Sehr gut. Nur normale Granaten. Ja. Hier noch was. PK-102. Super. Jetzt krieg ich den ganzen Klumpatsch. Hä? Ja, gut. Ist hier noch was? Granaten. Sollte ich genug haben. Granaten hab ich jetzt auch genug. Hier ist nix. Und hier ist noch ein Scharfschützengewehr. Ja, super. Dankeschön. So, was hab ich hier noch? Kugelsichere Weste. Brauch ich nicht. Noch nicht. Okay. Na dann. Ja. Würde ich sagen, ich drück mal aufs Knöpfchen. Und auf nach oben. Nee, nicht Rolle machen. Lian, ich hab den Lift aufs Dach gefunden. Mach die Stadt klar. Ich hab den Lift aufs Dach gefunden. Ja, Lift will den Böpfchen. Ich hab diesen Kack-Level geschafft. Ich habe diesen Kack-Level geschafft. Das kann doch nicht wahr sein. Weil ich nicht drauf geachtet hab, dass man diese doofen Raketen noch einsammeln muss. Einsammeln in Anführungsstrichen. Scheiße. Scheiße.